Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX Analyse für Mittwoch, den 16.10.2024 und unser DAX, ja und auch die anderen Indizes haben sich ordentlich hier weggeschmissen. Das sieht so aus, wir springen die Bullen hier komplett vom Boot. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, was wir vom DAX erwartet haben zum Dienstag, wird gleich der Eindruck sich bestimmt etwas wieder drehen, denn wir hatten darüber gesprochen, dass wir Stand Montagsschluss gesagt haben, anders als die letzten Tage müssten wir ihm unten etwas mehr Leine geben für die positiven Szenarien, damit er eben da nochmal unten in den Bereich um 4.80 nochmal zurücksetzen könne, weil er sich von dort bestimmt auch wieder aufgedreht bekommt, so hieß es gestern. Weiter hatten wir gesagt, dass er auch locker noch weitere Hochs machen kann, 600, 37 und so weiter, dass man aber die 600 nicht unterschätzen soll. Ja, ich hatte auch extra noch hinzugefügt, dass die so ein bisschen Puffer nach oben, dass man das einfach mit, ja also wir haben glaube ich gesagt 600, 630 oder so in der Analyse, dass man da einfach ein bisschen Puffer mit einplant, weil die gefährlich ist einfach für einen schönen Rücklauf und dass die unseren Tags eben im Zweifel sogar bis zur 400 runterschmettern könnte, aber eben auch zum Beispiel auf eine 4.80, 500 von oben. Das haben wir jetzt gesehen, im Grunde haben wir genau das gesehen und noch nicht das Runterschmettern auf die 400 und vor allen Dingen auch nicht zum Dienstag und das wäre für den Dienstag schlimmer gewesen, wenn es den auf die 700 gelegt hätte, statt jetzt hier auf der 4.80 zu schließen. Klar ist die 4.80 auch nicht schön, denn muss man so sagen, auf Tagesebene ist das ein abverkauftes neues Allzeithoch mit Tages- oder mit Close unterm letzten Allzeithoch. Das ist schon als Umkehrsignal geeignet, das muss man ganz klar sagen. Also das heißt zum Mittwoch, wer hier geil richtig offshort ist, der hätte zumindest mit sowas hier eine Basis. Allerdings bin ich noch ein bisschen vorsichtig, weil er eben, wie gesagt, eigentlich nur die 600 abgearbeitet und einen Rücklauf auf die 4.80 gestellt hat. Und es sieht auch wirklich so aus, wie er es probiert hat, das zu halten. Ich würde mir deswegen vielleicht mal den Mittwochstart noch mit angucken, um zu verhindern, dass man zu vorzeitig handelt. Denn eines haben wir gestern gesagt, was sehr wichtig ist. Wenn er am Dienstag die 400 erreicht und von unten die 4.80 nochmal als Pullback quasi von unten bestätigt, dann wäre das negativ und dann würde ihn das auch weiter zurückführen bis 2.80 und tiefer. Sollte der zum Mittwoch jetzt zum Beispiel gar nicht hier weiter unten rumfummeln und gar nicht Richtung 400 laufen, sondern der steigt einfach jetzt hoch oder bleibt zur Seite stehen, das wäre auch noch besser. Zur Seite einfach hier leicht rumhambeln. Wir erinnern uns, letzte Woche Mittwoch oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht, da hat er immer so einen komischen, ruhigen Mittwocher gemacht und hat sich dann hinten raus hochgezogen. So was, wenn wir so was sehen, müssen wir es auch so werten, wie das, was es war. Nämlich erstmal nur das nächste abgearbeitete Ziel und die Reaktion davon. Auf die vorherige letzte Bastion, ja, der vorherige Widerstand ist jetzt zur Unterstützung geworden und wird von oben einfach bedient. Das heißt, im Programm weiter wäre dann jetzt die Konsequenz, wieder aufzudrehen, hoch zur 37 zu fahren und dann von oben die 630-600 wieder anzutippen. Ja, versteht ihr das? Also von daher, wenn der einfach nur ruhig macht zum Mittwochstart und der dreht sich wieder hoch, ich glaube, dann brauche ich nicht meine Zahlen nennen. Dann ist es egal, ob er über 480 oder 500 ist, hätte der eine Aufwärtsendenz und der schafft das dann auch zur 600 und zur 37 zurück. Ja, ich würde ein bisschen auf das amerikanische Open dann achten, ja, also gestern hat auch jemand geschrieben, die EZB, die wird morgen die Zinsenken, die ist morgen noch nicht dran. Also morgen ist erst mal Mittwoch, EZB ist am Donnerstag dran. Trotzdem würde ich auf das US-Open ein bisschen achten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn er es positiv machen will, dass er sich vormittag oder, ja doch, vormittag ruhig zur Seite legt, dann anzieht, vorm US-Handel, vorm Beginn der US-Handel, also vor 1430, vor der Vorbörse, schon 560, 580 erreicht, dann kommen die Amerikaner rein, sind vielleicht nochmal deutlicher schwach unter der Brust, er nimmt das aber wiederum dazu nicht so stark mit, wie die Amerikaner, federt nochmal ein bisschen ab und drückt sich dann zum Abend hinten raus hoch und geht schon mal Richtung 680. Das wäre für einen positiven Mittwoch eigentlich für den DAX und in die Kombination der Dinge, die wir drumherum haben, auch mit dem schwachen US-Bild und so weiter, ein schöner Ablauf, den er spielen könnte. Ist aber auch ganz hart daran begrenzt, dass wir hier die neuen Tiefs oder keine weitere Schwäche reinbekommen, ja, oder wenn ein neues Tief, dass es dann direkt nach oben gekauft wird, ja, also nur so aussieht wie hier dann auf den Kerzen runter und direkt wieder hochzocken, sehen wir das nicht und er startet schwach oder kommt auch beispielsweise gleich mit dem Abwärtscap rein, was er dann nicht mal schließt. Ist 400 die nächste Station und hier muss man auch ganz klar sagen, fällt uns die 400, geht nach unten mal ein bisschen mehr Probierraum wieder auf, ja, dann geht es da 300, dann geht es da 270 und dann kann man schon fast mit 1,50 rechnen oder gleich noch in Schwab Richtung 1950, 1970, ja, wenn die 400 fällt. Wenn er aber hier jetzt einfach nur zur Seite macht und er dreht sich wieder hoch, denkt bitte daran, dass das gestern das beschriebene Szenario war im Sinne der weiteren Trendversetzung, ja. Die Tageskerze sieht beschissen aus, ich weiß, es ist definitiv eine Short-Verlage, also wer hier jetzt sagt, ja Martin, aber du sagst immer Shorten dann, wenn rote Kerze ist, es wäre vollkommen legitim hier jetzt auch zu sagen, okay, man legt jetzt hier den Short rein und setzt den Stop-Loss drüber, ja, und dann kann es vielleicht trotzdem sein, er hält sich stabil über den Vormittag, kommt hoch bis 5,60 und dann sind die Amerikaner aber so schwach, dass er am Abend gar nicht mehr hochkommen kann, weil die Amerikaner sich vollkommen verrennen und fällt am Abend wieder hier runter, schließt wieder auf 4,70 oder 4,50 und dann gibt es am Donnerstag richtig auf die Fresse. Ja, kann klappen, deswegen, wann kannst du eine Kerze traden? So fürs Intraday-Trading zum Mittwoch wäre ich aber noch ein bisschen vorsichtig, weil das wie gesagt eben auch echt sein kann, dass der sich hier das wieder egalisiert. Das hängt alles davon ab, wie die Amerikaner am Nachmittag dann reinkommen, ja. Der wird nicht oben rausrammeln, wenn die Amerikaner sich zerschießen, das geht nicht. Er macht die Bewegung nicht immer gleich mit, ja, es ist immer eine andere Intensität drin, hoch zu wie runter zu, ja, es gibt immer viele, die sagen, wer läuft den Amerikanern nach, nein, 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 die Assets bewegen sich einfach alle gleich, ja, es gibt MSC World, es gibt ganz viele ETFs und strukturierte Produkte, oder nicht nur strukturierte Produkte, es gibt einen Haufen Produkte zum Investieren, in denen ganz, ganz viele Aktien verknüppert sind, über Branchen hinweg und so weiter und so fort und deswegen sieht man das sehr häufig, dass wenn ein Anleger in den USA, im Iran, in Indien oder schieß mich tot, wo Pakete verkaufen, Baskets verkaufen, dann bewegt sich einfach der gesamte Markt. Und dann geht um der DAX ein bisschen runter, dann kommt der Nasdaq ein bisschen runter, das hat aber nichts damit zu tun, dass der eine dem anderen hinterher tackelt oder hinterherläuft, sondern einfach, wenn Volumen reinkommt, ist das bestreut über die Assets und die Frage ist halt, wie viel bringt uns das auf dem DAX, wie viel bringt uns das auf den Amerikanern nach unten und da gilt es dann eben wirklich, jeden Index für sich zu bewerten und so kann das dann sein, dass die Amerikaner komplett verprügelt werden und der DAX einfach zur Seite stehen bleibt, dann kommen die Amerikaner ein bisschen zur Ruhe und der DAX steigt wieder und deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon zu sagen, der eine macht dem anderen das nach, weil das in der Regel so nicht klappt, ja, oder sehr selten klappt halt, ne, in der Regel bewegen sie sich schon immer ein bisschen, einmal in den Straßen legt man, aber die Charts nebeneinander sehen die komplett unterschiedlich aus, also komplett, ja, und dann hat der eine ein Allzeithoch, der andere ist noch zwei Wochen davon entfernt, der andere fünf Monate davon entfernt, ne, also das ist, würde ich so nicht machen, dennoch ist es mir hier heute mal wichtig, das mit reinzugeben, weil jetzt wirklich hier der Nachmittag ist entscheidend dann, ja, selbst wenn er es positiv verhält und von daher wäre das vollkommen legitim, wenn man sagt, okay, man probiert die rote Tageskerze short, kann klappen, ja, aber ich, waah, das riecht, das ist mir einfach zu sehr das, was wir gestern besprochen haben, ja, und ich habe das nicht besprochen für die totale Umkehr nach unten, sondern wie bewegt es sich weiter nach oben, ja, die, 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 die Abbruchbedingungen gestern waren ja, waren anders formuliert, nach unten raus mit gleich 400, gleich unten, runter auf 400, von unten die 480 bestätigen, das war, das war das Negativ-Szenario für gestern, das Positive war, geht hoch in die 600, reagiert dort deutlicher, dreht sich dann von 480, 400 wieder auf, äh, 480, 500 wieder auf, ja, haben wir das drinnen, ja, und von daher würde ich sagen, wenn er das jetzt noch fortführt, am Mittwoch flach zur Seite hält, ähm, und er kommt hoch und die Amerikaner haben sich eben nicht komplett ins Knie, sondern machen das vielleicht so wie am 1. Oktober, da haben wir schon mal ähnliches Bewegungsverhalten gesehen, dann ging es im Mittwoch auch wieder hoch, dann, ähm, direkt nach dem schwachen Dienstag, dann, dann steht unser Dax hier fast am, über am Hoch dann wieder am Abend, ja, so, um das klarzustellen, denke, können wir das verstehen lassen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.